Woher hat sich Umid die Erlaubnis genommen und hat gesagt, Aisha Erwachsene Stillen? Wo steht denn der Hadith Erwachsene Stillen? Wo? Erwachsene Stillen? Ja, das hat Umid behauptet, dass da drin steht. Wirst du das sehen? Hier ist Inhaltsbezeichnis von Sahelmuslim. Hier. Das ist Band 4. Ich kann es heute kommen. Und da guck mal, was für ein Titel, Habibi. Titel? Du hast Kapitel. Kitab Ar-Rida. Hier steht allgemein über was Stillen. So, welche Stillen jetzt? Worum geht das in diesen Versen? Gehen wir nach unten. 167, Baab al-Tahrim bichamsi rada'at. Das heißt, Kapitel, was Mahram macht, in 5 Stillgängen. Und welche Stillgänge? Baab Rida'at al-Kabir, Stillen des Erwachsenen. Geil oder nicht geil? Seite 168. Sahelmuslim, ja? Band 3? Band 4. Nochmal, Band 4, 168. Was steht hier? Baab Rida'at al-Kabir. Das heißt, Kapitel Stillen des Erwachsenen. Subhanallah. Natürlich. Ich glaube doch, dieser Hadith. Woher hat sie schon mit dir Lobnis genommen, hat gesagt, Aisha Erwachsenenstilin. Natürlich. Ich glaube doch, dieser Hadith. Woher hat sie schon mit dir Lobnis genommen, hat gesagt, Aisha Erwachsenenstilin. Natürlich. Ich glaube doch, dieser Hadith. Woher hat sie schon mit dir Lobnis genommen, hat gesagt, Aisha Erwachsenenstilin. Natürlich. Ich glaube doch, dieser Hadith. Wie hast du doch die Buh zu sprechen, Zellat?